Und dabei ein herzliches Willkommen zurück zu Warfield The Beast Monsters. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Und zwar der letzten Folge, wo wir noch keine Quests haben. Eure ganzen schönen Community-Quests habe ich jetzt sozusagen alle zusammengeschrieben. Und ich werde mich heute Abend ransetzen, die ganzen auszuwerten und zuschauen, was sozusagen die besten sind. Vielleicht ein paar kombinieren, mal gucken, wie das Ganze nachher wird. Und ja, in der nächsten Folge starten wir dann sozusagen mit den Quests durch. Das heißt also, in dieser Folge werden wir noch ein wenig hier die Grundbausteine legen, die wir so ein bisschen noch brauchen werden. Wie die Smeltry einen Gang bekommen und so weiter und so fort. Und da würde ich jetzt auch schon fast dementsprechend anfangen. Müscroft habe ich überlegt, vielleicht jetzt schon anzufangen, um uns vielleicht eine Welt aufzubauen. Habe aber gedacht, das machen wir vielleicht dann später, wo wir dann sozusagen unsere Rohstoffe raus besorgen. Ich werde noch erstmal ein wenig in dieser Welt hier bleiben. Aber was ich wirklich brauche... Was wollte ich denn jetzt überhaupt machen? Ah ja, genau, kann ich hier unten auch suchen ganz kurz. Tanks wollten wir bauen. Und zwar die hier von Mariculture. Und dafür braucht man auch ein Glas, genau. Hatte ich mir doch fast gedacht. So, ähm, dann nehmen wir doch einfach die zwei Sticks hier kurz. Die sollten uns das eine Glas dann bescheren. Ähm, kann ich ein paar Blueberries essen. Mh, lecker, lecker, lecker. Und dann bauen wir uns kurz hoch die Tanks. So, und zwar zwei Stück kriegen wir davon. Und jetzt bräuchte ich noch ein wenig Iron, um mir auch einen, ähm, einen Eimer zu bauen, damit wir auch die Lava dort sozusagen reinkriegen. Perfekt, perfekt. So, den Rest werde ich jetzt mal hier mal kurz reinlegen. Die Öfen kommen hier noch so weiter rein. Und dann werden wir jetzt erstmal nach unten laufen und ein wenig, äh, Lava besorgen. Denn das ist etwas, was uns noch fehlen tut. Etwas Lava. Gut, wir haben die zwei Tanks. Wir rennen nach unten. Da können wir auch die, äh, Turtle aufsammeln. Und schon mal wieder anschalten. Und ich glaube, ich schalte sie diesmal ein wenig höher an. Vielleicht hier so auf der Ebene 45 oder so. Damit wir, ähm, ja, alles Mögliche hier an, 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 an Rohstoffen noch wieder herausbekommen. So, irgendwo, wow, da hat sich doch glatt ein Skelette verirrt. So, einen Blick. Machen wir es ein bisschen hier heller. Und suchen mal eben ganz kurz hier unsere, äh, gute alte, schöne, schöne Turtle. So, so, ähm, alles aufsammeln. Und dann die Sachen mitnehmen, die hier noch wieder drin sind. Das ist leider nur Indium-Ohr, kein Iridium. Ach man, schade, schade. Aber wäre auch ein bisschen viel, wenn das hier einfach so drin vorkommen würde. So, nehmen wir die Essence-Ohrs natürlich noch mit. Und, äh, Kohle lasse ich mal. Redstone. Ein wenig. Und was haben wir hier noch? Hier haben wir noch Saphire. So, nehme ich auch mit. Oh, was haben wir hier? Dark Iron. Auch immer sehr gut. Und dann können wir wieder zurück. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wo die Lava war. Wo war die Lava? Ich meine, die war hier irgendwo. Ähm, ach ja, hier ist zum Beispiel Lava. Sehr schön. Dann kann ich zum Beispiel einen Tank schon mal hier hinstellen. Und den hier schon mal auffüllen. So. Ich denke mal, da werden wir einiges hier rausbekommen. Ah, da sitzt doch einiges drin. Perfekt aber für uns. Ich hoffe, dass wir die mit einer Spitzhacke so kaputt machen können. Und ich hoffe, der ist jetzt voll, oder? Ja, der ist voll. Das heißt, den dürften wir jetzt theoretisch zerbrechen können. Und, ja, Lava wird angezeigt. Wunderbar. Ich hatte gerade schon Befügtung, dass er nicht angezeigt wird. Aber perfekt. Okay. Dann können wir jetzt hier weitermachen. Und auch hier die ganze Lava sozusagen jetzt hier wegnehmen. Überall da, wo noch ein Ressourceblock ist, nehmen wir das jetzt mal hier ein bisschen weg. So, dass wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier hinten auch überall noch rankommen. So. Da kommen wir auch noch ran. Dann gehen wir jetzt mal ein Stück weiter hier hin. Noch alles relativ safe. Wollen ja nicht verbrennen hier. Oh, gleich haben wir zwei gefüllt. Haben wir gefüllt. Okay, sehr schön. Dann nehme ich das Ganze jetzt hier nochmal mit. Und, äh, die Turtle hatte ich auch eingesteckt, ne? Ja, Turtle haben auch eingesteckt, den Jack. Und der Jack, der begleitet uns jetzt wieder mit nach oben. Dann stellen wir den wieder auf, äh, den Tunnelmodus. Und zwar ein wenig höher. Ich sagte ja, so um die 40 wäre ganz gut, glaube ich. So, gucken wir mal. Äh, ja, hier wäre doch ganz, ganz in Ordnung. Jetzt muss man gucken, dass es ein bisschen von zu Hause weg geht. Ähm, ich würde sagen, einfach mal in diese Richtung hier. So, und dann, äh, Tunnel. Und ich schicke ihn mal, ähm, ich sag mal 50. 50 in die Richtung. Soll also mal zusehen, dass er da ein wenig, äh, was abbaut. Und ich hoffe, das reicht von der, äh, vom Platz her, was er in seinem Inventar hat. 50. Ja, normalerweise sollte das reichen. Und wir können dann ein wenig wieder hochgehen. Oh, wir hungern aber ziemlich schnell heute, wa? Wahnsinn. So, haben wir es gleich wieder geschafft. Äh, den Lava-Eimer können wir hier zum Beispiel schon mal reintun. Und jetzt haben wir hier unsere beiden Lava-Tanks. Äh, die stelle ich jetzt erstmal hier hin. Und dann können wir ein bisschen manuell den Ofen hier befüllen. Oh, da sitzt, äh, irgendwas hat er jetzt schon gebrannt, glaube ich. Es fehlen irgendwie 150, aber naja gut, okay. Ähm, und zwar hat der liebe, äh, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ru-Di-Ex oder Re-Di-Ex, Ru-Di-Ex. Ähm, ich blende es einfach nochmal, ich hoffe, ich schaffe das. Äh, ich blende es jetzt hier mal im Video ein, seinen lieben Kommentar, äh, eine Frage gestellt, ob wir das nicht ganz so ein wenig anders bauen wollen. Und zwar, ob wir nicht, ähm, hier im Prinzip auch noch ein, äh, eine Smeltery-Drain reinbauen wollen. Und, äh, dann können wir sozusagen hier auch noch was abfließen lassen. Und ich finde das gar nicht mal so eine schlechte Idee. Problem, was ich gerade aber sehe, ist, äh, folgender. Theoretisch hätte ich, äh, hm, jetzt habe ich keinen Exzess mehr an die Lava, wenn ich jetzt hier was hinstelle, ne? Wir probieren es einfach mal aus. Äh, ich werde das Glas hier mal ganz kurz kaputt machen. Werd uns dann noch so ein Teil bauen. Mal ganz kurz eben hier die ganzen Erze abgelegt. So. Äh, wo haben wir dann die Dinger hier? Äh, da haben wir sie. So, dann werde ich mal gucken, ob das irgendwie klappt. Einmal brauchen wir so ein Teil hier. Und zum einen könnten wir uns jetzt hier, äh, so ein Casting-Basen bauen. Aber ich würde fast ganz gerne, also den würde ich jetzt erstmal auf, auf Reserve legen. Aber ich würde fast gerne zwei Casting-Tables haben. Und einen dann mit einem Liquid-Duct und den anderen mit einem, äh, Sirid, äh, Facet dort dran bauen. So, und dann würde ich sagen, bauen wir das folgendermaßen. Äh, ja, das ist die Smeltery-Drain. Setzen wir das sozusagen hier hin. Das Problem, was ich jetzt, wie gesagt, habe, wenn ich jetzt hier ein Casting-Table vorstelle, komme ich nicht mehr an den Tank unbedingt. Das ist ein bisschen blöd, um ihn nachzufüllen. Ähm, können wir theoretisch... Lava können wir wieder rauspacken, okay. Okay, die 850 gehen nicht. Wäre aber auch nicht ganz so schlimm, wenn ich das Ganze jetzt zerbreche. Oh, ein Augenblick. Ich habe noch was anderes vor. Und zwar machen wir das so. Oh, Smeltery-Drain kommt hier hin. Und habe ich noch... Ich habe noch genügend, um nochmal hier so einen normalen Block zu bauen. Wenn wir die... Das ist der normale Block. Den da hinsetzen und den Tank hier hinsetzen. Zählt das trotzdem noch? Sieht eigentlich so aus, als wenn es, äh, wenn es noch so aussieht. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen ein kleineres Fenster, um da nicht wirklich reinzugucken. Aber, meine Güte, man muss ja auch nicht unbedingt in den Tank reingucken. Ähm, was wir jetzt mal ganz kurz eben machen. Wir füllen das Ganze dann doch mal mal wieder auf. Sieht auf jeden Fall noch aus, als wenn es funktionieren würde. Und was wir jetzt brauchen, sind ein paar Hopper. Ein paar Hopper würde ich ganz gerne haben. Das heißt, ich mache nochmal ganz kurz eben 8 Eisen. Äh, ich hätte mir vielleicht auch eine Kohle mal ganz kurz hier nehmen sollen. Eine Charcoal. So, und dann brauche ich auf jeden Fall auch noch ein paar Kisten. Zwei Stück, beziehungsweise eigentlich brauche ich drei Kisten. Haben wir noch ein bisschen mehr Holz. Da ist noch ein bisschen was. So, eine Kiste. Wandeln wir das Holz nochmal eben hier kurz um. Zwei halt für, ähm, für die Hopper. Und einen hätte ich ganz gerne für, ähm, für den Access sozusagen, dass wir ihn hier wieder rausnehmen können. So, und wenn wir das dann hier so machen, dann kommt hier auf jeden Fall die Chest hin. Und, äh, ich mache das mal so, dass ich hier meinen Holzblock hinsetze. Und hier, ah, den könnte ich theoretisch jetzt ja umsetzen. Der muss da jetzt ja nicht mehr sein, weil da ja nicht mehr der Tank ist. Und, äh, den setze ich dann hier hin. Genau. Dann sieht das so aus, als wenn da theoretisch das Ding weitergeht. Ja, das ist eine gute Idee. Da lassen wir mal so. Dann lege ich mich mal ganz kurz in den Heben zum Schlarfen. Ähm, habe ich sonst noch irgendwas? Ja, äh, äh, wie ihr wahrscheinlich, oder der eine oder andere hat es schon gemerkt. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Wir haben jetzt auch, äh, Facebook und Twitter könnt ihr auf dem Kanal, äh, euch anschauen. Dort postet ihr auch immer die ganz neuen Videos. Und falls mal irgendwas Interessantes sein sollte, kann ich das dort sozusagen auch mitteilen. Ähm, ja, wer, wem es interessiert, kann ihr einfach mal vorbeischauen. Einfach nur eine bessere Möglichkeit, noch mal mit euch ein bisschen zu kommunizieren. Euch, ähm, ja, ein paar, ein paar Informationen zu kommen zu lassen. Ich hoffe, das kommt dann doch ein wenig gut an. Ähm. Ich hoffe es einfach mal. Ich weiß es nicht. Werden wir dann, äh, mit der Zeit dann auch vielleicht sehen. Okay, das wollte ich nur noch mal kurz loswerden. Dann ist nämlich das Eisen auch schon fertig. Dann kann ich mir mal ganz kurz eben zwei Hopper bauen. So, und, äh, zwei Chests. Eben zwei Hopper. Wunderbar, wunderbar. Dann die letzte Chest kommt sozusagen hier hin. Und dann ein Hopper dahin. Einen Hopper dahin. Perfekt. Dann brauchen wir noch die Casting Tables. Einen hier und einen hier. So, den einen machen wir jetzt mit dem Fusset. Oder Fusset. Und den anderen werden wir mit einem Liquidduck machen. Und dann werde ich hier einen Schalter daneben setzen, dass wir den an und aus machen können. Und den können wir sozusagen manuell betreiben, wenn wir jetzt irgendwie, ähm, ja, Schwerter oder so bauen wollen. Dann können wir den sozusagen manuell laufen lassen. Und, äh, hier lassen wir dann zum Beispiel die ganzen Ingalls immer laufen. Perfekt. Wunderbar. Jetzt könnte ich theoretisch eigentlich mal anfangen und, äh, Iron nehmen. Und, äh, mal ganz kurz etwas Iron hier reinschmeißen. Und mal schauen, ob es läuft. Ich hoffe doch. Ich hoffe, ich hoffe. Okay. Scheint nicht zu laufen. Eventuell klappt das dann doch nicht mit dem Ding. Oder ich muss ihn einfach doch nochmal neu setzen. Einen Augenblick. Setz den Controller nochmal kurz neu. Ah ja, okay. Also der Tank muss scheinbar doch an der Ecke, also in der ersten, in dem ersten Layer sitzen. Hatte ich mir fast gedacht. Dann, äh, werde ich das mal ganz kurz hier doch nochmal umbauen. Ähm, so, das ist der Basin. Einer Augenblick, der war heute auch nochmal ganz kurz eben den letzten. Dann müsst ihr doch später ein bisschen anders bauen, dass wir, äh, eventuell mit Liquid Ducks das hier Ganze dann befüllen oder so. Ich denke mal, das wäre dann nicht ganz so verkehrt. So, das heißt also, das Ding muss dann doch hier stehen. Und den muss ich dann doch nochmal abbauen. Den Controller, habe ich den jetzt gekriegt? Oder wo ist der hingegangen, der Controller? Ach, jetzt sitzen sie hier alle drin. Okay. Ähm, wunderbar. Also das ist der Seeret Brick, das ist der Controller. Okay, der Controller. Dann setzen wir hier doch wieder ein Glas hin einfach. So, und den Controller hier wieder hin. Ah ja, okay, und jetzt dürfte theoretisch auch Eisen schmelzen, korrekt? Ja, sehr schön, das schmilzt jetzt auch. Wunderbar, ja. Ich dachte, vielleicht funktioniert es auch, wenn man die in die zweite Layer setzt, aber... Nee, er möchte ihn doch im ersten Ring haben. Hm, gut, das ist ja aber auch nicht ganz so schlimm. Theoretisch könnten wir jetzt sagen, dass wir diesen Außenbereich hier noch als die Fluid-Tanks hinsetzen. Könnte man theoretisch machen und dann später ihn mit den Open-Blocks oder so ersetzen. Oder hier unten drunter einen Endertank setzen und ihn dann sozusagen befüllen, so wie wir es sonst eigentlich machen. Ich denke mal, das ist fast mit die beste Möglichkeit. Ja, man sieht es jetzt nicht unbedingt, aber wenn man jetzt hier so drunter guckt, dann sieht man, dass da zwar ein Labertank noch dran sitzt, aber okay. Kann man auch so lassen. So, und jetzt theoretisch, wenn das jetzt hier gleich alles eingeschmolzen ist, könnten wir das hier rauslassen, wenn ich so klug gewesen wäre. Aber auch nur wenn, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Ja, deswegen mache ich jetzt mal ganz kurz hier ein Basin drüber. Ich habe ja noch gar kein Casting-Dings, deswegen müssen wir das Ganze jetzt eher in den Basin ablaufen lassen. Und kriegen sozusagen Blöcke Iron. Jetzt habe ich natürlich nicht ausgerechnet, ob das von der Blockanzahl her passen wird. Wir brauchen, ja doch, das passt. Das wollte ich mal sagen, wir brauchen 9 und wir haben 45 noch. Also theoretisch kann ich noch 5 Blöcke gießen, also wunderbar. Das nächste, was ich aufschmelze, ist dann sozusagen einfach ein wenig Gold und dann machen wir uns ein Casting für Ingots und dann können wir auch Ingots casten. Okay, wir brauchen ein paar Fluiducts, damit wir das Ganze noch ein bisschen automatisieren können. Fluiducts, Fluiducts, wo haben wir euch denn? Da, das ist, wir brauchen etwas Lad und etwas Copper. Okay, Lad und Copper. Copper haben wir noch. Wir brauchen also nur ein wenig Lad. Und Lad-Oar haben wir auch hier. Los, ich glaube, dann wäre es fast sinnvoller, wenn wir mal ganz kurz ein wenig Gold aufschmelzen. Okay, machen wir das. Aber erstmal ganz kurz hier ein bisschen das Iron abschmelzen, beziehungsweise rausgießen lassen. Damit wir ein paar Iron Blöcke bekommen. So, und die restlichen Sachen, die Bricks, kann ich ja auch hier lassen, theoretisch. Und dann ändern wir diese Chest einfach später noch in eine Iron Chest oder so. Mal gucken. Damit die einfach auch genügend abnehmen kann. Also an anderen Teilen. So, einen Augenblick. Den stelle ich mal hier wieder hin. So, wie viel ist denn da jetzt noch drin? Ah, theoretisch gleich noch für einen mehr. Das Gold liegt auch oben. Naja, das Gold liegt oben. Wunderbar. Da sind noch genau neun Ingots drin, um sozusagen auch das Letzte hier abgießen zu lassen. Perfekt, perfekt. Last but not least kommt das Letzte hier auch raus. Und dann kann ich den Basin hier wieder kurz abbauen. Hatte ich jetzt auch vorhin gerade daran gedacht, wir haben ja noch gar kein Casting dafür, dass wir sozusagen hier Ingots machen können. So, und dann nehmen wir mal ganz kurz einen Ingots, lege den hier mal drauf und gieße da ein wenig Gold drüber. Und schon schwuppdiwupp haben wir hier ein schönes Casting für Ingots. Perfekt. Und dann können wir uns jetzt auch theoretisch hier Goldbarren gießen. Und das Ganze wollen wir dann automatisieren an dieser Seite. Theoretisch könnte ich das jetzt schon mal gleich machen. Einen Barren da noch drin. Oder war es das? Ne, das war es. So, kann ich den hier hinlegen. Und jetzt müssen wir uns... Ne, warte mal, halt stopp. Ich muss ja noch ein bisschen LED machen. Ja, ich schmeiße das LED-Ohr noch mal ganz kurz rein. Machen das auch schon mal fertig. Ah, sehr, sehr schön. Das ist, dass wir schon mal eine Smeltery haben, ist auch schon mal wunderbar. Das heißt also, Ohr-Production geht schon mal los. Dann baue ich auch schon mal den Schalter fertig. So, für die Seite. Ah, es geht, es geht, es geht. Sehr schön. Ja, zur Not kann ich diesen Block hier auch rausbrechen. Und dann können wir von hier aus noch ein bisschen befüllen, wenn wir wieder Lava benötigen sollen. Oder sollten. So, und LED ist drin. Dann gießen wir uns mal ganz kurz eben einen Barren. Und dann können wir das gleich automatisieren. So, den schätze ich schon mal dahin, an die Seite. So, und so. Dann haben wir Fluiducts. Wunderbar. Äh, das Ganze dann hier drauf. Oh, ich bräuchte noch ein Hämmerchen. Äh, da muss ich gleich mal ganz kurz gucken. Wo, äh, was für einen Hammer bauen wir dann? Hammer. Ähm, brauchen wir den denn? Äh, das sind ja nur die normalen Hämmer. Das ist... Ne, nicht der... Der Dingshammer. Ah, da ist er doch. Hier, der Crescent Hammer. Den meinte ich. Und dafür brauchen wir noch ein bisschen Zinn. Okay. Zinn ist auch kein Problem. Dann gucken wir mal ganz kurz. Tin-Oar. Schmelzen wir auch schon mal vier Stück ein. Kann man ja immer mal gebrauchen. So, ich habe hier Unmengen an Stuff hier einfach, die ich nicht wirklich brauche. Äh, ich glaube, ich mache noch ein paar Kisten erstmal für den Anfang. Müssen einfach erstmal ein bisschen hier was auslagern. Einfach so viel Zeug gerade hier. So, das ganze Zeug kommt jetzt auch mal ganz kurz weg. Müssen wir gerade ein bisschen suchen, aber wir werden das Ganze noch dementsprechend hoffentlich bald organisieren. Wunderbar, wunderbar. Das heißt also, wir können jetzt auch für Tinkers Construct Tools bauen. Was auch schon mal sehr, sehr nice ist. So, und theoretisch kann man das jetzt Ganze einmal kurz umwerfen. Und dann kriegen wir hier nämlich Zinn heraus. Wunderbar. Davon brauche ich nämlich nur einen. Und dann brauchen wir... Wo habe ich denn mein ganzes Iron? Ich habe das hier mit reingeschmissen. Natürlich habe ich das da mit reingeschmissen. Ah, wir haben auch kein Iron mehr. Ich muss auch nochmal Iron bauen. Ein Augenblick. Dann machen wir nochmal ganz kurz ein Iron. Dann kann ich noch ein bisschen kurz manuell hier eben das Zinn... rausgießen. So, wunderbar. Perfekt. Und, oh, ich merke gerade, wir hungern auch. Das könnten wir uns auch... Hier so ein Goldohr drin, der riecht ja auch schon mal falsch. Ich nehme mal ein paar Äpfel einfach. So, wirklich was zum Essen haben wir auch nicht wirklich. Außer draußen noch unsere Beeren. Könnte ich mal gucken, wie weit die denn schon mittlerweile sind. Ach, guck da, wachsen schon welche. Perfekt. Können wir die auch einfach essen. Wir haben ja ein paar Beeren. Die können wir auch ruhig weiter essen. Geht auch über den... Die Hungerbar sozusagen rüber. So, jetzt hat er es aber gleich wohl geschafft. Müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir hier... Äh... Das ist Lead unten. Das ist Iron. Jetzt habe ich Iron unten. Okay. Ja, das sieht aus wie Iron. Wunderbar. Brauche ich eigentlich theoretisch nur einen. Aber wir machen auch mal ganz kurz den zweiten schon mal fertig. So, den hier hin. Den dorthin. Dann legen wir uns erstmal wieder noch mal ganz kurz im Schlafen. Eine Runde pennen. Ins Bett. Ach, sehr, sehr schön. Alles, was man hier wieder neu zu machen und entdecken hat. Wunderbar. Und da haben wir unseren Hammer. Das Ganze hier einmal umgeschalten. Und einmal to go. Und dann sollten wir eigentlich unsere ganzen schönen Ingots hier wieder bekommen. Wunderbar. Wunderbar. Also, der Ofen, der läuft. Und da brauchen wir einfach noch ein bisschen Lava. Und Lava haben wir da unten ja noch ein bisschen mehr. Da sollten wir auf jeden Fall ein gutes Ende noch mit hinkommen. Ähm, so, theoretisch kann ich mir jetzt überlegen. Ähm, Tinkers Construct. Wir wollen ja auch noch Tools mitbauen. Dann wäre es ja eigentlich nicht ganz so verkehrt, wenn wir uns auch ein bisschen Lava machen. Und theoretisch können wir doch eigentlich... Ähm, warte mal. Was war denn das für eine Mischung? Ähm, lass mich mal eben ganz kurz schauen. So, folgendermaßen. Ähm, eigentlich müsste das hier mit drin stehen. Ich glaube... Ja, hier steht das mit drin. Und zwar, Alamite könnten wir uns ja eigentlich machen. Das wäre Aluminium, Iron und Obsidian. So, das meinte ich ja nämlich nur Obsidian. Entweder wir machen das... Ich weiß nicht, ob die Rubisch-Spitzhacke es kann. Aber theoretisch könnten wir auch unsere Turtle benutzen. Und apropos Turtle. Meine kleine, liebe, liebe Turtle. Schauen wir doch einfach mal, was die Turtle so gesammelt hat. Und meinen sozusagen den Rest da nochmal an den Seiten einfach aus. Ach, guck. Eine kleine Fledermaus hat er schon erwischt. Ach, hier hat er ja gemeint. Wunderbar. Können wir mal ganz kurz hier ein bisschen reingucken. Können die Sachen mitnehmen, die hier noch drin sind. Das ist Opal. Okay. Eine ganze Menge. Äh... Ach, es gehört zu Cobblestone. Oh, Dictionary. Okay. Einfach nur mal wieder eine andere Form von... von, äh, Cobblestone. So, hier haben wir Marble. Hier haben wir für Reactor Craft. Oh, und hier, äh... haben wir eine ganze Höhle. Und ich hab mein Schwert irgendwie gerade nicht verharrt. Also nehmen wir einfach die Axt. Wo ist mein Schwert hin? Da. Also die Axt macht mehr Damage als mein Iron Swat gerade, merke ich. Ist auch nicht... Huch, hab ich Q gedrückt. Das sollte nicht. Ähm... Ist auch schon sehr, sehr merkwürdig. Aber ich höre Slimes. Slimes ist cool. Slime kann man auch mal brauchen, obwohl wir haben eine Slime-Insel in der Nähe. Also eigentlich auch nicht wirklich... so berauschen. Jetzt... Oh, und Copper. Davon haben wir ja gar nichts mehr. Gleich mal eingesteckt, wenn wir es schon hier haben. Wo ist die Spinne? Sollte mal ganz kurz hier das Schwert dorthin wechseln. Ähm... Ach komm, lass mich in Ruhe. Blöde Spinne. Nicht killen. So. Wieder hier hoch. Irgendwo... Ah, da ist unsere Turtle. Ja, hat einiges gesammelt. Das meiste ist Cobblestone. Und ich schätze mal, was ich als nächstes machen werde. Ich kann gerade wenig erkennen, obwohl ich die Helligkeit doch ein bisschen hochgedreht habe. Ah, da ist er ja wieder eine Spinne. Na komm her. Ähm, obwohl ich die Helligkeit ein wenig hochgedreht habe. Wow. Ähm, kann ich dann doch oft entfernen und nicht viel erkennen. Das heißt, also auf YouTube werdet ihr wahrscheinlich wohl gar nichts gesehen haben gerade. Aber ist ja auch mal schön, mal ein bisschen Dunkelheit zu haben. So, hopp erst mal wieder rauf. Ähm, die Turtle werden wir dann in der nächsten Folge mal gucken, wo wir die aufstellen werden. Ich habe da auch schon ein paar Ideen. Ähm, habe ich alles gemacht, was ich wollte? Ich habe mir so ein bisschen einen kleinen, kleinen Plan aufgeschrieben. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben unsere, äh, Smelltree so angegangen bekommen, wie wir es wollten. Wir können jetzt theoretisch einfach mal ein paar Sachen hier wieder einschmelzen. Äh, ich schmelze mal das ganze Gold einmal zum Beispiel ein. Das ist ja zum Beispiel schon mal nicht verkehrt. Und was mixt sich nicht mit Gold? Äh, theoretisch Iron. Also Iron können wir auch noch dazu tun. Das passt sogar direkt. Perfekt. So, ähm, da haben wir noch ein bisschen was. Celerium, Copper. Die könnten wir dann auch noch einschmelzen. Copper Ingots. Und, äh, ach nee, ich wüsste noch vielleicht eine Idee. Ich hätte noch eine Idee, was wir machen könnten. Hier passt nichts mehr von rein. Dann schmeißen wir den Rest jetzt erstmal hier mit dazu. Äh, das und das. Und den Eimer, den lasse ich mal bei mir. Das schmeiße ich da noch rein. Das bleibt auch erstmal hier. Ähm, die Turtle können wir übrigens auch gleich noch gebrauchen. Beziehungsweise wird es beim nächsten Mal noch gebrauchen, um uns ein wenig Obsidian zu beschaffen. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Idee. Haben wir noch irgendwas gerade? Ach ja, genau. Ich hätte noch eine Idee. Ähm, aber das ist jetzt gerade abhängig von dem, was wir an Holz haben. So, wir haben jetzt was gucken. Ein Barrel. Wo haben wir sie denn? Ähm, Better Barrel. So, eine Chest. Und das waren dann Holzstämme. Na ja, genau. Holzstämme und eine Slab. Wunderbar. Ähm, haben wir auch noch Holz so? Hatten wir nicht noch irgendwie was? Zwei. Nicht gerade viel. Na, dann braucht es bloß noch hier die. Obwohl. Na, hat ja auch so gereicht. Egal. Die zwei. So, kriegen wir sechs von denen. Dann brauche ich aber eh noch eine Chest. Habe ich echt sonst kein Holz mehr? Im einen Augenblick. Irgendwie vielleicht noch einen einzigen Holz oder so? Nee. Hier vielleicht noch irgendwo Wood. Wood, Wood, Wood. Auch nicht. Hier auch nicht. Okay. Würde ich kein Holz mehr. Dann nehme ich mir noch einmal ganz kurz hier einen raus. Mache mir hier noch eine Chest. So. Eine Slab oben drüber. Und einmal hier umrundet. Und dann haben wir schon mal eine Barrel. Und diese gute Barrel, die würde ich ganz gerne nutzen, um den ganzen Cobblestone einfach mal loszuwerden. Wunderbar. Perfekt. Ich weiß gar nicht, ob das hier theoretisch... Funktioniert das in diese Barrel auch? Nee. Das funktioniert nicht. Weil es ja eine Ord-Dictionary hat. Normalerweise klappt das. Aber okay, bei dem klappt es dann nicht. Ich weiß gar nicht, was wir aus diesem Cobblestone, weil es ja eigentlich wirklich auch nur Cobblestone ist, dann einfach mal machen werden. Wenn ihr eine Idee habt, ob ich da jetzt was draus bauen soll oder so? Hm. Ich weiß es nicht. Sagt einfach mal Bescheid, ob wir da irgendwie was Besonderes noch draus machen sollen. So. Ja, das war's. Die letzten Ingots werden sozusagen auch gerade gegossen. Oh, 34 Goldingots. Yeah. Perfekt. Perfekt. Für Lava haben wir dann noch. Ach, 2800. Perfekt. Perfekt. Dann freue ich mich auf nächste Folge. Dann können wir mit den Quests anfangen. Hier sind ein paar epische Quests, die ihr schon aufgeschrieben habt. Mal gucken, welche ich wählen werde. Zu dem, äh, zu den Quests an sich wird es auch nochmal ein extra Video geben. Ähm. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.